Musik Hallöchen zum Türchen Nummer 18. 18 ist wieder ein großes, das spricht für einen Dreher, und so ist es auch, und der erste Kreuz bzw. Philips Dreher, schwuppdiwupp, das ist ein, sehe ich jetzt gerade nicht, ein kleiner, auf jeden Fall, ein extrem kleiner, das ist echt schon Feinmechaniker, Werkzeug würde ich beide mal behaupten, weil der ist echt winzig, wow, aber, ich, ihr werdet das nicht richtig erkennen können, bei der Cam, aber, er ist trotzdem gestochen, scharf, Wahnsinn, also ich bin von der Verarbeitung, von den Köpfen echt begeistert, heftig. Das war's auch schon wieder, bis morgen, tschau!